ja hallo meine lieben freunde heute sind wir in buenos aires argentinien angekommen und wir waren im ersten teil des ausflugs des tages war ich mit dem bus unterwegs da haben wir diverse sachen gesehen wie zum beispiel im friedhof da werdet ihr noch ein zwei sachen erfahren dann aber auch kamen wir an einem filmset vorbei das war wirklich interessant leider nur ganz kurz darum habe ich nur ein kleines foto drin wir kamen an einem großen platz vorbei war wirklich schön und der zweite teil oder der zweite teil des ausfluges war dann auf einem schiff da sind wir dann mit dem schiff flüsse entlang gefahren von dem her genießt es doch einfach und habt spaß dabei falls ihr noch kein abonnent seid abonniert doch einfach und aktiviert die glocke dann verpasst ihr auch sicher nichts mehr von dem her genießt es so 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 ja hallo zusammen ich bin gerade in buenos aires und wir sind hier auf einem friedhof ich dachte immer mich können friedhof nicht interessieren muss ich ganz ehrlich sagen ich bin überrascht es ist wirklich wunderschön es hat hier tausende von figuren es hat hier sehr viele wie soll ich sagen so kirchen Fenster und so richtig bunt es ist wirklich wunderschön ich werde euch jedoch kein Bild und kein Film zeigen ich habe extra einen Hintergrund gewählt wo man nichts sieht das ist immer noch ein Friedhof und da respektiere ich einfach eine gewisse Distanz dazu und von dem her bitte seid mir nicht böse trotzdem hier dieser Beitrag es ist wirklich wunderschön ich muss ehrlich sagen ich bin positiv überrascht und habt Spass beim Rissetfilms habt Spass beim Rissetfilms und da und da und da und da Bis zum nächsten Mal. Ja, hallo zusammen, leider kann ich das nicht filmen, deshalb muss ich sagen, erzählen, ich finde das etwas ganz cooles, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Die Bäume, die ihr da im Hintergrund seht, die spucken, also obwohl wir hier Sonnenschein pur haben, keine Wolken, nichts, regnet es unter den Bäumen. Echt etwas ganz Geniales, habe ich noch nie erlebt. Oh! So! 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 Bis zum nächsten Mal.